Was geht YouTube? Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal, meine Freunde. Leute, in dem Video geht es einmal darum, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, viele von euch mögen ja Skins in Series Go, beziehungsweise benutzen sie auch häufiger mal. Ich habe mir einfach mal gedacht, mache ich doch einfach mal ein Video und stelle euch einfach mal ein kleines Setup vor von mir für die wichtigsten Waffen in Anführungszeichen, für, sagen wir mal, vielleicht so ein Inventar von 50 Euro als Einsteiger-Video einfach mal. Man kann da echt x-beliebige Videos machen, man kann zum Beispiel ein komplettes Inventar machen, ne, also komplett alle Waffen. Ich habe mich jetzt einfach mal so auf die Waffen spezialisiert, was Skins angeht, was, also die Waffen, die ich häufiger spiele, ne, also eher mal, also, es handelt sich bei dem Video eigentlich eher um Main-Waffen, sagen wir mal so, bis 50 Euro die besten Skins in Factory New, also Fabrik-Neu-Bis-Minimalware, beziehungsweise minimale Gebrauchsspuren. Genau, Leute, ich glaube mal, ich habe mich richtig ausgedrückt, wir haben jetzt auch gerade halb vier, ich nehme das Video um halb vier morgens auf, ja, man könnte jetzt behaupten, dass ich nichts Besseres zu tun habe, aber ich habe einfach Bock, mal gucken, wie es bei euch ankommt und wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt oder auch Ideen habt für andere Videos in dem Format, also in dem Umfang, könnt ihr mir das ja mal gerne in die Kommentare schreiben und ich würde sagen, Leute, starten wir mal mit dem Video. Ich wollte es vergessen aber zu sagen, Leute, ich bin gerade wirklich so ein bisschen auf dem CSGO-Film, ich glaube, ihr habt es schon anhand meines Kanals, beziehungsweise in den letzten Videos gesehen, CSGO, macht mir gerade einfach ein bisschen mehr Spaß als COD, aber ich will nicht sagen, dass COD nie wieder kommen wird. Ich denke mal, es wird auch eine Zeit geben, da wo COD wieder ein bisschen mehr Spaß machen wird als gerade und genau, dementsprechend, Leute, wenn ihr euch für CSGO-Content interessiert, dürft ihr gerne mal den Kanal abchecken, ich habe vorhin die Woche immer ein paar Videos, eins bis zwei sage ich einfach mal so roundabout, ich will nicht zu viel versprechen, genau, aber Leute, ich würde sagen, starten wir mal jetzt mit den Skins, die ich für euch vorbereitet habe. Die erste Skin, die ich für euch habe, das ist einmal die AK Blue Lemonade, beziehungsweise, auf Deutsch gesagt, auch blau lamiert, gab es in der Collection eSport Winter 2013, kostet ungefähr so um die 13 Euro. Als Alternative, wenn euch die Blue Lemonade nicht gefällt, haben wir es hier ein bisschen preisgünstiger mit der AK 47 Elite Build. Ich gehe das Video einfach mal nach meinem Geschmack durch, deswegen notiere ich jetzt einfach mal 13 Euro unten rechts, damit wir am Ende auf eine Summe von 50 Euro kommen. Als nächstes im Inventar habe ich einmal die M4A1S Nächtlicher Terror, eine aus der neuen Collection Träume und Albträume. Mit Abstand einer der geilsten M4-Skins, finde ich auch, unabhängig vom Preis, eine sehr schöne Skin. Kostet je nach Zustand 1 bis 2,60 Euro. In FN 2,56 Euro zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme. Ich persönlich habe sie in Einsatzapropp und finde sie immer noch todesgeil. Nimmt sich nicht viel. Ich glaube, die Float kann halt einfach nur darin variieren, dass die Skin heller und dunkler wird. Ich habe auf meine Einsatzaproppen keine Kratzer gemerkt, deswegen empfehle ich euch auf jeden Fall die Einsatzaproppte Variante. Ist jetzt aber auch nicht die Welt, wenn ihr euch eine in FN holt. Ich notiere jetzt einfach mal für mich 1 Euro. Als Alternative, wenn ihr nicht die M4A1 Spieler seid, habe ich auf jeden Fall noch eine andere Variante, beziehungsweise zwei Varianten, und zwar einmal die M4A4. Hier habe ich einmal als Alternative die M4A4 in Einsatzapropp. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich die in Einsatzapropp. Macht sich, finde ich, nicht viel. Man sieht hier zum Beispiel unten ein paar leichte Kratzer, aber das ist halt wirklich für den Preis echt in Ordnung. Ich habe für die gezahlt 7,50 Euro damals mal. In FN kostet die 32 Euro. In Minimalware ist sie, glaube ich, bei 9 bis 12 Euro. Ich notiere jetzt einfach mal 7,50 Euro. Als Alternative, wenn euch die M4A4 verwüstete Raum nicht gefällt, habe ich hier die Alternative M4A4 Zahnfee. In FN kostet die ungefähr 13 Euro. Macht auf jeden Fall einen stabilen Eindruck. Man könnte sie sogar günstiger bekommen. Der Skin ist halt eher verwüstet, deswegen macht es hier auch gar nichts aus, wenn man die in Einsatzapropp kauft. Dort beläuft sich der Preis ungefähr auf 4,17 Euro. Ich finde, man merkt da sogar gar keinen großen Unterschied. In Einsatzapropp könnte man sich die auf jeden Fall auch kaufen. Ich werde jetzt einfach mal einen Mittelwert notieren von ungefähr 8 Euro, roundabout, je nachdem, welche Float ihr euch holt. Aber in Einsatzapropp macht ihr auf jeden Fall mehr Profit, finde ich, weil da einfach keine gravierenden Unterschiede sind in Factory New und Einsatzapropp. Kommen wir jetzt mal zu einer Waffe, die sehr viele von euch hassen, beziehungsweise wenn ihr regelmäßig eure Waffen aufwertet, sind da einige schon dran gescheitert und zwar handelt es sich dabei einmal um die AOG Chameleon. Die Waffe würde ich tatsächlich auch wirklich nur in Factory New kaufen. Der Preis beläuft sich ungefähr auf 8,16 Euro. Ist mit Abstand, finde ich, die schönste Skin, die man sich kaufen kann für die Auge. Ist natürlich nicht jedermanns Geschmack, aber wenn ich mich für eine AOG-Skin entscheiden müsste, wäre das halt auf jeden Fall die. In Minimal Wear könnte man sich die vielleicht auch noch gönnen, aber wirklich preislich für 8,16 Euro macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Als nächstes haben wir einmal die AWP. Okay, hier habe ich als günstigste Alternative für euch, beziehungsweise als günstige Variante, einmal die AWP Wurmgott, besser bekannt auch als Wurmgott. Die würde ich tatsächlich in Factory New kaufen, würde aber auch keinen Unterschied machen, ob ihr die jetzt in Factory New oder Einsatzapropp holt, weil die Float bleibt immer gleich. Es ist halt einfach nur die Farbe, die sich ein wenig im Spiel ändert. Jetzt gerade könnt ihr zum Beispiel eine in Einsatzapropp sehen. Die ist ein bisschen dunkler als die in Factory New. Hat natürlich auch einen Stil. Der eine mag es ein bisschen dunkler, der andere ein bisschen heller. Man sieht auf jeden Fall schon, dass sie deutlich heller ist. Kostet in Einsatzapropp 1,60 Euro und in Factory New 3,30 Euro. Ich empfehle trotzdem jedem irgendwie selber für sich so ein bisschen zu entscheiden, ob einem die Einsatzaproppe reicht, aber diese 2 Euro machen es meiner Meinung nach auch nicht aus. Aber ich werde mir jetzt einfach mal hier den Mittelwert von 2 Euro notieren. Als Alternative, wenn euch die AWP Wurmgott nicht gefällt, habe ich einmal die AWP Atheris für euch. Kostet in Einsatzapropp 3,29 Euro und in FN 17,21 Euro und in der Float, wie ich sie kaufen würde, Minimalware 6,53 Euro. Hier merkt man auf jeden Fall die Unterschiede von Factory New zu Einsatzapropp. Jetzt gerade zeige ich euch die in Minimalware. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Man sieht hier zum Beispiel ein paar Kleinigkeiten. Der Preis hat es auf jeden Fall in sich für die Waffe. Finde ich trotzdem geil. Kann man auf jeden Fall spielen. Auf jeden Fall diese 2 Varianten würde ich für die AWP wählen. Ich werde jetzt einfach mir mal so einen Mittelwert von 5 Euro für die gesamte AWP notieren. Je nachdem, ob ihr jetzt die Wurmgott oder der Atheris nehmt. Entscheidet euch da einfach mal selber. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche von den beiden ihr genommen habt und welche ihr schöner findet. Ich persönlich finde die Atheris besser, aber das ist halt wirklich jedem selber überlassen. Als nächstes habe ich einmal die Glock 18 Water Elemental. Aus der Collection Breakout auch schon eine sehr alte Waffe. Kam glaube ich 2014 raus. Ich zeige euch gerade eine in Minimalware. Kostet ungefähr 8,45 Euro. In Factory New kostet die ungefähr 18 Euro. Ich finde, ich habe im Ingame absolut keine Schwierigkeiten mit der Waffe. Ich finde die immer noch brutal schön. Deswegen habe ich mir sie auch damals in Minimalware gekauft. Kann ich auf jeden Fall jedem nur ans Herz legen. Für 8 Euro macht ihr auf jeden Fall einen guten Schnapper. Und es ist auch glaube ich die schönste Skin für die Glock. Als nächstes haben wir einmal die USPS Wächter. Die würde ich tatsächlich nur in Factory New kaufen, weil ich finde es ist ein sehr cleaner Skin, der auch so beibehalten werden soll. Sehr klassisch gehalten. Kostet ungefähr 4,49 Euro. Gehen wir einfach mal auf 5 Euro. Macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Kommen wir einmal nun zu den günstigeren Skins im kompletten Inventar. Und zwar haben wir hier einmal die Desert Eagle Blauschicht. Auch eine sehr häufig gespielte Waffe, um One Bullet Headshot zu drücken, wie die Oldschooler es sagen würden. Eine Desert Eagle Blauschicht kostet in Minimalware 28 Cent und einsatzeproppt 15 Cent. Hier ist halt wirklich der Unterschied der Farbverlauf. Ihr seht jetzt hier gerade eine in Minimalware. Ich finde eine Komplett in Factory New lohnt sie sich nicht, weil die kostet 1,30 Euro. Wer das Geld hat, kann es natürlich dafür ausgeben, aber in Minimalware auch komplett ausreichen. Als nächstes haben wir einmal für die T-Spieler die Mac-10 gefangen. Auch aus der neuesten Collection Träume und Albträume. Mac-10 gefangen für 60 Cent in Fabrik Neu. Kannst du auf jeden Fall nichts falsch machen. Mit Abstand die schönste Skin für die Mac-10, wie ich finde. Mit den, keine Ahnung, was ist das hier? Sind Geister oder Fliegen? Ich kann es gerade selber gar nicht sagen. Auf jeden Fall eine sehr solide Skin. Für 60 Cent kann man da auf jeden Fall nicht meckern. Wer noch ein paar Cent auf dem Konto hat, kann sich die auf jeden Fall gönnen. Macht ihr auf jeden Fall nichts falsch mit. Und den letzten Skin, den ich für euch habe. Einmal die P-90 Grimmig aus der Collection Gamma 2. Auch eine ältere Skin. Kostet 1 Euro in Fabrik Neu. Ich zeige die euch auch gerade in Fabrik Neu. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Skin mit den Geistern hier in grün. Grüne Skin sind sowieso sehr selten in CSGO, meine ich. Wer jetzt die 1 Euro nicht hat, kann sich die in Einsatzapropt holen. Hier seht ihr sie einmal in Einsatzapropt. Man sieht hier am Griff zum Beispiel, dass sie schon ein bisschen abgenutzt ist. Hier auch die paar Kratzer. Leute, also wer das Geld hat, kann sich die hier auf jeden Fall gönnen. Macht ihr auf jeden Fall auch nichts falsch mit. Sehr günstig und geile Skin in grün. Kannst du auf jeden Fall echt nicht meckern. Und ja Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich glaube, wir kommen so auf einen runden Betrag von 45 bis 50 Euro, so wie es im Titel steht. Ich habe wirklich versucht, die besten Skins so günstig wie möglich zu bekommen. Kommt natürlich auch immer auf die Float an. Ich habe es aber, glaube ich, ganz gut in dem Video erklärt. Einige Waffen enthalten Kratzer, wenn ihr von der Float runter geht. Einige verändern halt nur den Farbverlauf. Kommt wirklich immer auf die Skin an. Und ja Leute, man kann auf jeden Fall sehr viele Videos in dem Bereich machen. Man kann zum Beispiel Skins machen unter 5 Euro. Ich bin jetzt einfach auf die Main-Waffeneingang, die die meisten Leute spielen. Und genau an der Stelle ist einfach mal gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao.